Naja, gut, okay. Alarm ist aus. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Mir doch wurscht. Ja, ja, und dann haben wir den nächsten Yeet-Head-Splicer. C. Yeah, vielleicht kriege ich jetzt Action-Foto. Wo ist er denn? Komm, 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 komm. Lidi, wo ist er denn? Hallo? Komm. Hey, super. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber das geht ganz gut. So, B. So, geht. Geht alles. Sollte er sich heilen, die Ratte? Ich muss unbedingt den, ähm, na. Ach, komm. Da kommt nix. Ach, komm. Hallo, guten Tag. Ja, Action-Foto. Ja. Ja. Komm, 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 komm. Und bam. Ach so. Ich habe immer noch, äh, ionischer Schrot. Jetzt habe ich doch tatsächlich ionischer Schrot verschossen. Ich, die, 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 die. Ich kompletter die. Ah. Da hätte ich jetzt also, das finde ich nicht gut. Toll. Da drücke ich hier immer hier dieses, ähm, aber es funktioniert nicht. Echt schade. Schade, schade, schade. Ja. Oh, super. Lalalala. Was haben wir hier? Nee, auch nix. Ah. Gut, nächster Save. Den kriegen wir. Also erstmal so, dann so. Dann so. Und so. So. Und einen bräuchte ich noch. Ah ja, gut. Da haten wir ihn. So. Ah, ist halt schön. So. Oh. Ja, die nehme ich. Schanke dünn. So, irgendwo hier haben wir doch aber jetzt. Moment. Ich muss mir merken, die sechs. Die sechs. Nee, Moment. Die vier muss ich mir eigentlich merken, ne? Hier irgendwo war dieses. Ah. Moment. Sieben. Fünf. Drei. Drei. Oh, mein Gott. Das sieht hier so aus, als könnte ich ein Splicer von der Decke springen. Boah. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fischeries das Blut abgesaugt. Ich hab das Gefühl, jetzt passiert irgendwas. Doch nicht. Aber dieses Verschwommene ist allerdings... Also ich glaube, ähm... Ja, also ich bin ja kein Freund von Motion Blur. Ja, hallo. So, ähm... Panzerbrechend. Panzerbrechend. Wuhu! Action! Oh nein. Da ist ein Splicer-Dings dabei. Äh, statische Entladung. Ja, dann nehmen wir das zwei, ne? So... Ja, okay. Haben wir auch. Okay, ich bin gut dabei. So. Oh. Nehmen wir mal, ne? Panzerbrechend. Äh, Moment. Hier, da, so Panzerbrechend. Haben wir 6 von 18. Ja, so. 3 Antipersonen. Und 48 Pistolenkugeln. Ich würde sagen... Limit erreicht. So, ich lauf mal hier so rum. Da kann ich nämlich einfach mit dem Mausrad runter... Umsch... Umschalten. Aha. Okay. Action! Wieso C? Wieso habe ich denn eigentlich... Ah, ja, okay. Wärme suchen habe ich keine mehr. Splittergranaten. Ich würde mir die... Ich sollte mir die, glaube ich, aufheben. Moment. Ich muss nach unten schalten. Also, von dem Ranch nach oben. Nein, den habe ich doch schon. Ich wollte runterschalten. Wer... 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 Das habe ich gehört. Mutter Gottes, du wirst erkennen... Nein! So komme ich nicht an dich ran! Nein! Och! Im falschen Moment nicht aufgepasst. Nee, 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 nee. Den hole ich mir aber noch. Exakt. So. Oh. Ja, das, äh, hat wohl funktioniert. So. Hier werden auch keine mehr, ne? Ne. Ja gut, okay. Kann ich ja jetzt wieder gehen, ne? Wie 0-0-Schraube. Aber hier hinter was will er? Ich frage mich ja... Uh, mehrere Motive, ne? Bombs. Ja. Och, nee, schade. Äh, ich hab ja mal so die MGs, ne? Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ähm, ja. So, äh, Fighting McDonalds. Dann müssen wir jetzt hier wieder zurück, ne? Was ist hier mal hier drin? Nix. Guten Tag. So, Moment. Tele-Kinese. So, äh, ja. So, einmal Heilung. Komm schon, komm schon, komm schon. Hey, du da oben. Ja gut, da oben komm ich ja sowieso nicht wieder hin. Könnte ich ja theoretisch auch einfach durchgehen, ne? So, äh, ich glaube, uns fehlt ja noch, äh, uns fehlen noch zwei Little Sisters oder eine zumindestens. Ne? Ne? Klopf, klopf, Little Sister. Ach, das ist ja gut. Dann kriege ich jetzt direkt hier schon nochmal meine, meine dritte Little Sister. So. Hi, Mr. Bubbles. Ja. Das geht doch. Doch, 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 doch. So. Danke, Mr. Äh. Ach so. Die Nietenpistole kann ich gar nicht nehmen. Hallo, Rosi. Ja, find ich gut. Find ich gut. Bombs. So. Oh. Lalalala. Hier ist eine EVE-Spritze. Wo muss ich jetzt eigentlich nochmal lang, ne? So, Moment, äh, ich denke, ich denke, ich denke mal, ich gehe mal hier runter. So. Upper Wharf, Wharf Master. Ah ja, gut, okay, da geht es zum... Was blinkt da denn? Hallo? So. Uh. So, das, äh. So. Oh. Yeah, Actionfoto. So, gut. Uh. Nee, 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 nee. Ich hab dir dein Baby nicht weggenommen. Was zur Hölle? Oh. 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 Hä? Wo ist das Geschütz? Na, finde das Geschütz. Hä? Also, ich hab echt keine Ahnung, wo dieses Geschütz sein soll. Ist das vielleicht hier unten? Oh. So. Natürlich war das da unten. Dreckskack. Mist. Triss. Ha. So. Genau. Bis auf weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Mhm. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Okay. Jetzt können nur noch Ryan und seinen Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Äh, okay. Zugegebenermaßen, dieses Tonband hatte ich nicht gefunden ursprünglich mal. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Ach, in Genbank lagern. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Wir gehen mal hier runter, ne? Was ist das da? Mehrere Objekte. Ihr habt das gesagt. Was ist das? Jätzchen? Bist du das? Wir vertreten. Was haben wir? Wir waren eine Knabe! Meine Güte! So, das hätten wir. So, das hätten wir auch. Ach, ja. Boah, super. Naja. Manchmal bringt's halt nix, aber... Gibt auch häufig, wo es was bringt. Sind das nicht zwei übereinander? So. Dann gehen wir mal hier runter. Ne Ernährungsmine. Wie kommt die denn dahin? Na ja. Also, ähm... Hatte ich das eben erwähnt? Äh, also... Diesem... Informationen... Fehlte mir beim ersten Playthrough. Die habe ich irgendwie gar nicht damals... Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich mein... Ja. Derjenige... Äh, äh... Welcher, der jetzt zugehört hat... Der wird sich ja jetzt sicherlich auch fragen, wenn die Tauchkugeln einen genetischen Schlüssel haben. Warum können wir mit den Dingern fahren? Tja. Oh, das machte dieses Platsch-Platsch-Geräusche. Man kann die Fische zur Explosion bringen. So, ähm... Ja, wir gehen mal einfach da lang, ne? So, Fountain Fisheries. Ja, 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 ja. Kann ich die Dinge irgendwie... Ah, okay. Das kann ich zur Explosion bringen. Ah, okay. Das Little Sistersheim. Nee. So. Ist zwar tot, aber... Ja, ja. Rancherker! Aber ich hab doch... Dämpft deine... Was? Dämpft deine Schritte und hört bei ahnungslosen Gegner massiv den Schaden durch Nahkampf angriffen. Ja, ich weiß es nicht. Hallo? Die ist doch eben hier hochgesprungen. Wo ist sie denn? Hallo? Die ist doch eben vor meinen Augen hier hochgesprungen. Ach, da! Ist hier ein Splicer. Ach, das ist die von an. Das ist, glaube ich, die vom... Das ist, glaube ich, die vom Anfang, ne? Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Komm rein und zeig mir deine Schnapschüsse. Splicer. Ja. Ja. Gesundheit Upgrade. Dankeschön. Jetzt haben wir ja eigentlich genug, ne? Hier, wir nehmen mal... Schleuder Kreaturen. Schleuder Kreaturen und objektiv mit einem Energiestrahl zurückzornen. Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Äh... Ja, aber danach muss ich es ja trotzdem weiterhin angreifen, ne? Ziel-Dummy. Erzeugt ein Köder, der Angriffe von dir wegblockt. Winterblast. Nehmen wir da. Ist, glaube ich, gut. Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in tausend Stücke. Jo. So, Sonic Boom. Boah. Maschinenbuster. Ziel-Dummy. Ich glaube, Zorn verwende ich, glaube ich, nie. Und das hier... Glaube ich auch nicht. Eher unwahrscheinlich. Oh mein. Das wollte ich nicht. Okay. Neh, mal so. Oh, guck mal einer an. Ah, noch. Ach, ne. Ach ja, wo sind wir denn hier? Aha. Ja, ne. Ne, tu ich nicht. Vielen Dank.